Die nächste Trainerentlassung. Ja, dieses Mal ist es Pellegrino Matarazzo, der nicht mehr länger Trainer des VfB Stuttgart. Ich habe das Gefühl, wir sitzen hier inzwischen im wöchentlichen Rhythmus und müssen über Trainerentlassungen gehen. Die Schlagzahl, die geht ordentlich nach oben. Also ich habe das Gefühl, wir sitzen hier auch nicht zum letzten Mal vor der WM. Nicht mal das letzte Mal in dieser Woche, wenn alles schlecht läuft. Sogar das könnte sein, ja. Also es häuft sich, es häuft sich, es häuft sich. Pellegrino Matarazzo war natürlich beim VfB Stuttgart seit der Aufstiegssaison. Da kam er, glaube ich, in der Mitte der Saison. So zur Halbserie, er hat, glaube ich, 16 Spiele gemacht. Und den VfB hochgeführt, den VfB dann zu einer fulminanten ersten Saison in der Bundesliga geführt. Ja, nicht, dass es so mega relevant wäre, aber selbst dieser Aufstieg, der Aufstieg damals war ein ziemlich glücklicher Aufstieg, rückblickend. Weil der VfB Stuttgart ist damals direkt aufgestiegen als Platz 2 mit 58 Punkten. Das ist nicht mal so viel. Das ist nicht so viel. Ich habe mal geschaut, die einzige Saison in den letzten 10 Jahren, in der man ebenfalls mit 58 Punkten direkt aufgestiegen wäre, wäre die Saison davor gewesen. Die aller Einzige. Wer ist da aufgestiegen? Das weiß ich nicht mehr. Okay, war auch gemeint. Ich glaube, es war hier so Paderborn und so ein Bumms war das, glaube ich. Und mit 58 Punkten wärst du sogar in 6 von 10 Saisons nicht mal in die Top 3 geraten. Ja, hochgemogen. Das hat nichts damit zu tun mit der Arbeit danach. Aber wollte ich nur mal anmerken, dass damals dieser Aufstieg rein punktetechnisch auch ein bisschen glücklich war. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, dass Materazzo beim VfB Stuttgart relativ eindeutig eine Wunschlösung war, als er damals gekommen ist. Genau. Und bevor wir vielleicht jetzt nochmal gucken, was in den letzten Wochen passiert ist und wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, können wir ganz kurz mal darüber reden, wie diese Trennung abgelaufen ist jetzt gerade. Denn ich finde, das ist eine Trennung, die an beidseitigem Respekt fast nicht zu überbieten ist. Kennt man so nicht allzu häufig, finde ich, im Profifußball. Also man merkt dieser Trennung einfach an, dass es beiden Seiten unheimlich weh tut. Und wenn ich beide Seiten sage, meine ich damit vornehmlich auf VfB-Seite Fans und Sven Mislintat. Ja. Das war ja auch sein Trainer, muss man einfach sagen. Das war Mislintats Trainer. Ja, den hat ja auch immer wieder unter seine Affenarme genommen und gesagt, pass auf, Junge, es ist noch nicht so schlimm. So weit ist es noch nicht. Genau, und Materazzo merkst du es auch an, dass es ihm extrem weh tut. Und jetzt leidet er erstmal unmittelbar, dass es vorbei ist, weil man hat schon gemerkt, der VfB ist auch ein Verein, der ihm ganz ehrlich am Herzen liegt. Ja, das finde ich auch. Und in dieser Mitteilung, die ja gestern dann online ging, kam ja auch der Trainer selbst zu Wort. Und zwar ausführlich, kommt ja auch nicht unbedingt immer vor. Häufig ist ja sowas wie, jo, der Mann ist jetzt bei Urlaub, wir wünschen alles Gute für die weitere Karriere, auch immer wiedersehen. Dem war nicht so, ganz im Gegenteil, immer wieder Respektsbekundungen. Und wenn man geschaut hat, zum Beispiel auf Twitter, in den Transfermarkt.de-Kommentaren, der Tenor bei den meisten VfB-Fans ist genau derselbe gewesen. Es musste wohl sein, es war wohl an der Zeit, aber Mann, ich finde es nicht geil. Und das ist ja eigentlich schon irgendwo auch ein riesen Kompliment für den Trainer, dass wenn, selbst wenn sportlich irgendwann alles dafür spricht, dass er gehen muss, zwangsweise, dass dann trotzdem die Stimmungslage nicht schon längst so gekippt ist, dass die Leute sich auch freuen und sagen, boah, Gott sei Dank, endlich. Endlich ist die Sau weg. Sondern, dass man das echt mit Wehmut begleitet und das ist auch so. Ja. Ich finde, wenn man auf diesen Stint, Matarazzo und Stint ist das falsche Wort, weil der Mann war fast drei Jahre da, im Dezember wären es drei Jahre gewesen, darauf schaut, finde ich, ergeben sich rein oberflächlich gewisse Parallelen zur Amtszeit von Florian Kohfeldt in Bremen. Weil Kohfeldt kam damals auch so ungefähr, glaube ich, Mitte der Saison, hat die Mannschaft stabilisiert und erfolgreich zu Ende gebracht, hat das in seiner ersten vollen Saison leistungstechnisch komplett bestätigt, auf dem Papier und danach kam der große Einbruch, dann kam erst mal Platz 16 mit der Relegation gegen Heidenheim und im Folgejahr dann der Abstieg, den er dann zumindest bis Spieltag 33 betreut hat, also rein auf dem Papier. Das ist vollkommen recht, wenn ich drüber nachdenke. Ja, junger Trainer, auch noch relativ unbeschriebenes Blatt, an dem relativ lange festgehalten wurde, trotz Misserfolgs dann in einer vollen Saison. Also was er dazu gekommen ist, weiß ich ganz genau, mein erster Gedanke, wer? Wer ist das jetzt? Wer kommt der Mann her? Er war ja auch letztendlich, in Anführungszeichen, also er war U-Trainer, glaube ich, in Hoffenheim, in Nürnberg unter anderem und eben Co-Trainer unter anderem von Julian Nagelsmann. Also er war ja als Cheftrainer im Profibereich einfach noch schlichtweg ein unbeschriebenes Blatt. Und du sagst es dann, er kommt an, sie steigen auf und sie spielen dann erst mal diese fulminante Saison, wo der VfB wenige Spieltage vor Ende, meine ich, noch in Richtung Europa schielen darf. Genau, am Ende wurde es dann Platz 9. Ja, Conference League wäre zumindest dann gewesen. Ja, vollkommen achtbar war in diesem ersten Jahr. Natürlich, Aufsteiger. Und hier möchte ich auch dann sagen, warum ich trotzdem der Meinung bin, dass es nicht vergleichbar oder nicht ganz dasselbe ist, wie mit Florian Kohfeldt. Bitte. Erstens, weil, als es scheiße wurde, finde ich, dass, also Florian Kohfeldt hat ja im Misserfolg sich irgendwann komplett darauf zurückgezogen, eklig gegen den Ball, Sidespiel, wenig Ballbesitz. Also wirklich eigentlich alle fußballerischen Prinzipien über Bord geworfen. Das, finde ich, hat Matserazzo eigentlich beim VfB nie gemacht. Das stimmt, ja. Und, wenn man jetzt reinguckt bei Understat, kannst du dir immer anschauen, so für eine ganze Saison gesehen, zum Beispiel Expected Goals, Expected Goals Against und Expected Points, also erwartete Punkte. Und die Saison vom VfB, die gute Saison, die erste volle, das war kein statistischer Freak-Accident. Die haben sogar rein von den erwarteten Punkten her zwei Punkte zu wenig geholt, im Vergleich zu dem, was statistisch erwartbar gewesen wäre. Wenn man dann vergleicht das mit der Werder-Bremen-Saison, wo Werder an Europa zwischenzeitlich geschnuppert hat, die waren in der Saison der größte Overperformer nach Borussia Dortmund, haben 8,64 Punkte mehr geholt, als erwartbar gewesen wären. Das heißt, das hat sich dann irgendwo auch im Folgejahr ergeben und Bremen war auch nach Expected Points im Folgejahr 16. wo sie 16. wurden und im Folgejahr, wo sie 17. wurden, wären sie nach erwarteten Punkten 16. gewesen, weil Bielefeld einfach unter Frank Kramer damals so overperformt hat. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied, finde ich, zwischen Bremen hat offensichtlich mehr geliefert, als eigentlich auf dem Papier drin gewesen wäre und beim VfB war das schon relativ auf Linie mit dem, was die Mannschaft auch tatsächlich gezeigt hat. Seit dem Ende dieser Saison, und damit sind wir halt dann zwangsläufig in den letzten beiden Saisons, und das sind natürlich die, wo es für Materazzo beim VfB nicht mehr allzu gut lief. Vor allem seit anderthalb Jahren läuft es ziemlich schlecht, ehrlicherweise, denn die abgelaufene Saison, wir wissen es, mit Legendo in der 90 plus x-ten Minute. Das war auf der letzten Rille. Das war auf der letzten Rille und das war der letzte Sieg in der Bundesliga und es war der dritte Sieg 2022. Einer von drei Siegen 2022. Und das ist im Stand 10. Oktober 2022, 11. Oktober 2022 etwas wenig. Das überlebt kaum jemand. Das ist egal, wo du Trainer bist, ob das ein gut geführter, ruhiger Verein ist, ob das ein Chaos-Verein ist, drei Siege in einem Kalenderjahr bis Stand jetzt eben Mitte Oktober, das überlebt kaum jemand. Vor allem auch kein VfB-Fam, muss ich dann mal ganz kurz, wenn ich das mal ganz kurz auch anwerbe. Also wirklich eure Treue auch in aller Ehren, denn ich würde komplett ausrasten natürlich. Aber auch hier muss man sagen, und da muss ich wieder in die Statistiken verweisen, aber wenn man da reinschaut, der VfB hat eben in der Vorsaison, in der schlechten Saison, in der man eben kurz vor knapp noch den Klassenerhalt geschafft hat, einfach auch wirklich underperformed. Ja. Das heißt, die Mannschaft hat knapp sieben Tore weniger geschossen als erwartet, knapp dreieinhalb Tore mehr kassiert und siebeneinhalb Punkte weniger geholt als erwartet. Mit siebeneinhalb bist du ja komplett raus aus der Geschichte. Genau, also rein von der, wenn man sich die Expected-Points-Tabelle der Vorsaison anschaut, wäre der VfB komfortabel 13. geworden. Und da hätten alle einen Haken dran gemacht, gesagt, ist in Ordnung, gute Saison, kann man mit arbeiten. Und ich glaube, ja und in dieser letzten Saison, glaube ich, liegt auch immer noch so ein bisschen das begraben, was er in diese Saison reingezogen hat. Denn natürlich, die personelle Situation ist erstmal nicht leichter geworden. Wir wissen, der VfB Stuttgart ist immer noch in der Situation, wo sie jedes Jahr Geld umsetzen müssen, Geld generieren müssen. Das ist auch diesen Sommer passiert. Das heißt, Pellegrino Matarazzo hat relativ viel Durchlauf gehabt, zumindest auf den ganz wichtigen Positionen, weil natürlich auch der Kern derselbe ist. Er arbeitet lange mit einigen Spielern zusammen. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Und man hatte diese Saison dann relativ schnell das Gefühl, irgendwie kommen die nicht in den Tritt. Diese ganzen roten Karten, diese ganzen Spiele, wo man danach draufguckt und sagt, ja, wäre mal das und wäre mal der und dieser Pass und die Situation. Und ja, das nimmt dann gerne mal so ein bisschen Fahrt auf. Der VfB hat einfach keinen Dosenöffner bekommen. Ja. Die hätten in diesen neun Spielen einfach, sagen wir mal, in den ersten drei Spieltagen eins gewinnen müssen. Eins gewinnen. Eins gewinnen müssen. Und dann löst sich vielleicht auch dieser Zauber so ein bisschen und dann kannst du auch anders aufspielen. Aber mit jedem weiteren Spiel, was du nicht gewinnst, ist dieser Rucksack immer voller und schwerer geworden. Wir halten an der Stelle mal fest, Matarazzo ist ein Trainer, der beim VfB hoch angesehen ist und war. Der Trainer, der den VfB zurück in die erste Bundesliga geführt hat. Und jemand, der zweimal die Klasse gehalten hat und jetzt unter dem Bedauern von den allermeisten Seiten sich verabschiedet hat. Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, Pellegrino Matarazzo, den sehen wir wieder in der Bundesliga. Höchstwahrscheinlich ja. Wäre schon. Davon gehe ich aus. Bei ja, nein, wäre ich auf der Jahrseite. Definitiv, definitiv, ja. Und wir hatten uns extra so ein bisschen überlegt, dass wir heute nicht zu sehr rumspekulieren wollen über potenzielle neue Trainer. Aber die Namen sind immer dieselben. Die Namen sind dieselben. Bevor wir jetzt über neue Namen reden, würde ich gerne noch ein bisschen in die Gründe beim VfB reinsteigen. Weil ich finde, die liegen auch teilweise außerhalb des Handlungsspielerums von Matarazzo. Du hast ja schon gesagt, personelle Fluktuationen, Verkäufe. In der Vorsaison auch wirklich Verletzungsprobleme gehabt. Auf dem Papier würde man sagen, dass Sascha Kalajcic die halbe Saison mit einer Schulterverletzung verpasst hat, das war auch eine Katastrophe. Rein statistisch muss man sagen, ich habe mal durchgerechnet, haben sie mit Kalajcic ungefähr im Schnitt genauso viele Punkte geholt in der Vorsaison wie ohne Kalajcic. Er hat glaube ich 16 Spiele gemacht, 18 Spiele ohne. Finde ich aber auch, der wurde ja reingeworfen, als er noch halb kaputt war und so. Und der Verein war schon im Arsch. Die Saison war im Arsch. Die Saison war im Arsch, du musst deine Form wiederfinden als Spieler auch. Das stimmt schon. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, mit ihm wird plötzlich alles viel, viel besser. Was für mich viel entscheidender ist. Zwei Spieler, die 2021 noch da waren. Einer war auch in der Vorsaison noch da, hat aber auch aus Gründen, die er selbst zu verantworten hat, kaum noch eine Rolle gespielt. Beziehungsweise gar keine. Daniel Di Davi. Ja. Und so ein Spieler brauchen sie. Und? Wer war 2021 noch Kapitän? Daniel Di Davi. Nee. Wer war es denn? Gonzalo Castro. Oh, stimmt. Gonzalo Castro. Und Di Davi hat damals 23 Spiele gemacht, so im Schnitt eine Halbzeit pro Spiel in den 23 Spielen. Gonzalo Castro hat 26 Spiele gemacht. Und wenn du mal ein statistischer Output von den beiden guckst, der VfB hat in der Vorsaison, in der beide einfach nicht mehr relevant oder nicht mehr da waren, nicht ansatzweise einen Mittelfeldspieler gehabt, der das kreative Output, der das spiellenkende Output von diesen beiden Kerlen ersetzen könnte. Das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Man hat relativ viele, ich sag mal, energische, athletische, zentrale Mittelfeldspieler gehabt. Und dieser kreative, wie ein Daniel Di Davi, dieser spielintelligente, der ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das konnte man in Phasen kaschieren, weil man so zum Beispiel Bonas Sosa auf dem Flügel hat, der natürlich eigentlich das, was man von der Position erwarten kann, an offensivem Output absolut überperformt. Aber das kann man halt doch nur schwer verstecken über den Lauf von einer oder zwei Saisons. Das Spiel wurde auch in der Vorsaison dann nochmal linkslastiger im Vergleich zur ersten Bundesliga-Saison. Eben auch vielleicht deswegen. Orel Mangala, der ja jetzt auch weg ist, ist ein guter Dribbler gewesen, ein guter Ballträger, aber nicht im klassischen Sinne jemand, der über das Passspiel eben kreativ nach vorne gestaltet. Der VfB hat mit Castro und mit Di Davi zwei Führungsspieler verloren und auch viel Fußballhirn verloren. Nicht Hirn per se, würde ich sagen, in allen Fällen, aber... Fußballverstand auf jeden Fall. Aber Fußball, das sind beides sehr, sehr spielintelligente, gute, kreative Spieler gewesen. Und da ist ein Vakuum entstanden, das personell, der VfB hat viele talentierte Leute, aber auf dem Level einfach nicht ersetzt worden ist. Hast du einen Namen, den du in die Verlosing gewerfen willst? Hast du irgendeinen heißen Tipp, einen heißen Kandidaten oder wollen wir überhaupt gar keine Namen nennen? Für Trainer? Ja. Ich meine, das ist ja jetzt schon die erste, das ist ja fast schon klar jetzt, würde ich sagen. Ist es so? Ich habe seit zwei Stunden nicht mehr geguckt. Also, nach allem, was ich gelesen habe, läuft es auf Solt Löw hinaus. Das habe ich verstanden. Die Schlagzeile habe ich noch gesehen. Solt Löw natürlich jahrelanger Assistent von Thomas Tuchel. Freut euch jetzt schon auf die Push-Beteiligung auf eurem Handy. Löw wird neuer VfB-Trainer. Oh ja. Jetzt wird sich keiner entgehen lassen. Niemand wird sich das entgehen lassen. Ich würde es gerne machen. Stellt euch vor, ich bin hierher in der App und wir hätten euch das gerade gepusht. Löw wird neuer Trainer. Ich glaube, das ist alles für den Moment, was wir zu sagen haben, oder? Ja, weil wir haben beide keine Ahnung von dem, was Solt Löw mitbringt. Der hat noch keine Erfahrung als Profi-Trainer. Ist bisher Co-gewesen, unter anderem von Thomas Tuchel bei PSG und bei Chelsea, glaube ich. Kann nicht ganz verkehrt sein, glaube ich. Die fußballerischen Einflüsse, die er hat, werden gute sein. Ja. Aber mehr wissen wir halt eben auch nicht. Klingt so ein bisschen, als hätte der VfB Stuttgart Bock auf Tuchel, aber ist sich auch relativ bewusst, dass sie Tuchel nicht bekommen können. Ja. Also, dann holen sie sich Budget-Tuchel. Die machen den Moneyball-Tuchel. Ja, genau. Wer closest to Tuchel, ohne Tuchel zu sein. We recreate him in the aggregate. Lieber VfB Stuttgart, liebe VfB-Fans, wir wünschen euch natürlich viel Erfolg für die neue Saison. Und allen anderen sagen wir, abonniert diesen Kanal. VfB-Fans müssen heute nicht, weil sie Trauertag haben. Dürfen aber. Und danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschö.